Wallah, ich will wissen. Eben, danke. Also Momo und ich haben schon vorgenommen, ne? Nach Ramadan werden wir ein Skateboard kaufen und werden nach Essen fahren und vor seiner Kaffee, also wir werden an Kötibo also Geschenken geben. Wir lassen das reinrollen und dann gehen wir weg. Hey, sei zurück. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Für Bayram, sagen die Leute, am besten. Genau, für Bayram, sage ich, ja. Kötibo ist für euch da, Leute, vergiss das nicht. Ich helbe dir, danke. Ey, Wallah, dieser Junge.